Guten Tag Herrli, ich fahre auf JokeTV, OBK, es ist ein Wussmogen, eine Frau fährt ein Digital Little Maze. Und ja, wenn ihr so eine Bewegung seht, mir gehört eine einzelne Anhängerschaft, das sind Emos. Und es gibt so viele Emos auf dieser Welt und ich frage mich, was die machen zum Beispiel. Was macht ein Emo, wenn er einen Plattenvertrag will? Er schickt ein Emotape. Ganz klar. Und es gibt auch viele, die durch die Zeit andere böse Krankheiten haben, zum Beispiel ein Emo, der Krebs hat. Was macht der? Er macht eine Emo-Therapie. Ganz klar. Und nur wenn die Emos Sachen nicht zufrieden sind mit dem System und so, so wie Punks und so was machen, eine Emonstration. Und das ist natürlich super so, wenn das alles so weitergeht, weil dann alle gehen sie in ihr Lebenshotel, das ist das Lebenshotel von einer Emo, die Ritzkarten. Ganz einfach, das FC JokeTV hat einer zum Schluss, das ist der Unterschied zwischen einer Emo und einer bestellten Pizza. Nö, beide sind geschnitten. Merci.